Oh Gott, ist das kalt. Ich friere. Aber ich muss es noch mal lesen. Ich will nur nichts mit Decke holen. Ah, diese alles tränkende Dunkelheit. Dabei haben wir nur ein paar ihrer Tropfen versprenkelt. Wer hätte gedacht, dass sie sich in solch eine tosende See verwandelt? Das Verlagen und der Hass der Herren dieses Hauses müssen unermesslich gewesen sein. Sie waren seine wahrlich wertvolle Verbündete. Äh, also zum Abendessen gibt es Kartoffel, Hackfleisch, Blumenkohl, Auflauf und auf Arbeit nehme ich Pizzalier, Käse, Salat und Toastwürt. Boah, klingt beides lecker. Klingt beides richtig lecker. Wobei, am ehesten würde ich wahrscheinlich den Auflauf nehmen. Boah, den Auflauf könnte ich auch mal wieder machen. Okay. Nicht vom ersten Tromm jetzt. Und du bist also die besagte Amtörerin. Unser Meister hat uns nicht zu viel versprochen. Beeindruckend, in der Tat. Du bewegst dich völlig frei in unserer Sphäre. Und drei Lichtkristalle hast du dir auch schon angeeignet. Wir haben dich wohl unterschätzt. Ja, das haben wir wohl. Jeder der Kristalle hat dich stärker gemacht. Und deine Stärke ist das, die das Licht entzieht. Jetzt offenbart sich, warum Heidelin dich ausgewählt hat. Sind wir am tiefsten bei Dauern, aber muss ich dir mitteilen, dass dein vielversprechendes Potenzial nicht überall auf Gegenliebe stößt. Zum Beispiel nicht bei uns. Keine Sorge, meine Liebe. Heute sind wir nicht gekommen, um zu kämpfen. Wir wollten uns nur von deinen Fähigkeiten überzeugen, um unseren Meister davon zu berichten. Naja. La Habrea wird die Kunde mit größtem Interesse vernehmen. Sicherlich erfährst du schon bald die Ehre, ihn zu treffen, Botin des Lichts. Bis dahin, gehabt dich wohl. Ja. La Habrea. Auf den habe ich auch richtig Bock, ey. Okay. Yo. Hätten wir das. Dann kann ich mich einmal für PvP anmelden, weil ich im PvP auch so gut bin. Ich habe bis jetzt noch kein Plan, was ich da tun muss. Aber... Was tut man nicht alles, um ein Level aufzusteigen, um die Stufensteigerungen zu sparen? Würde ich wissen, wie viele Level wir dadurch machen. Ich muss auf jeden Fall, glaube ich, gleich meine Dinger da richtig hinstellen, hinsetzen. Wenn ihr wisst, was ich meine. Wahrscheinlich nicht meine Fähigkeiten. Ich glaube, die habe ich noch nicht umgeändert. Oh Gott. Nehmt an! Nehmt an! Danke. Ich hasse PvP und trotzdem mache ich es. Okay. 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 Oh ne, ich hab's schon. Hahaha. Wir haben es mal PvP zusammen gemacht. Ich muss jetzt nicht fragen, wann wir das gemacht haben, oder? Hm. Nee, ich muss das nicht fragen. Alter, ich hab doch jetzt schon wieder keine Ahnung, wie das hier geht. Also wenn jetzt jemand fragt, was wir hier machen müssen, fragt dich bitte einfach nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich das selbst jedes Mal aufs Neue. Wenn ich das wüsste, was man hier machen muss. Also im groben Fall laufe ich einfach immer den anderen hinterher. Das Einzige, was ich mache. Ich weiß immer nicht, welcher Gruppmann ist. Ich gucke mal hier. Das muss ich machen. Ja, ich wüsste, dass das kommt. Du weißt, was du mir da machen musst. Du kennst das. Oh. Ich habe keine Ahnung. Oh Gott. Hm. Ich mache halt nur das, was die anderen machen. Jetzt wird's weg. Okay. Ah. Ich bin doch jetzt. Wow. Ich bin unsichtbar. Das Ganze. Wow. I hate it. Hi. Ich stelle mich da nicht allein in den Kampf. Hm. Leute. Wären wir nicht unsichtbar geworden. Wäre das ja alles schön und gut gewesen. Ähm. Oh Gott, ey. Ich habe halt keine Ahnung. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Dein Leben gegen, äh, Gegner gehen. Und du wirst sieben von deinem Bruder schon schon morgen sein. Das ist schon mal eine wichtige Info. Ich stelle mich da doch nicht rein und kippe jetzt. Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott. Das war so dumm. Aber die im Götz, ehrlich, ich übersterfe ich, ey. Oh mein Gott. Da, da ist ein. Da ist ein Killer. Gegner. Oh Gott, ich habe Angst. Hi. Hi, Leute. Ich habe Angst. Ähm. Ich gucke mich halt alle da hoch. Hm. Die ersten beiden Sachen bekommst du Punkte. Wenn du stirbst, verlierst du ja 10 Punkte. Ja, das ist mir schon bewusst. Aber ich hasse es trotzdem. Ey, beim letzten Mal bin ich gar nicht so oft gestorben. Wow, ich habe hier von oben gebracht. Ich bin gar nicht so oft gestorben. Beim letzten Mal renne ich dich hin. Hi. Hey, mach dir mal. Hey, mach dir mal. Hm. Bitte lass mich leben. Oh. Wirklich, weiter rein. Ich hab halt keine Ahnung. Ich hab nicht mehr, wo mein Weg keine Ahnung braucht. Nein, 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 lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Nein, aus. Ich bin weg, ich bin weg, ich bin weg. Nein, das war so, lass mich. Ich hab keine Ahnung. Wenn ich das Ding überlebe, bin ich glücklich. Kann es vorbei sein? Kann es bitte vorbei sein? Kann es bitte einfach... Stein. Kann ich mich nicht irgendwo hinsehe zum Popcorn essen? Das witzig ist, manchmal hab ich das gewöhnt, die Leute verschwinden halt einfach. Ich tue nicht. Aber ich tue vor. Aber ich tue noch an. Ich tue vor. Soll ich... Ach, Pabla Pab! Albert! Pst! Nein! Ich hab's aufgewischt! Der war einfach gleich! Oh mein Gott! Lass mich, lass mich, lass mich! Ich hab grad aufgefasst, ich hab grad aufgeregt geachtet! Lass mich! Eine Sekunde ist so spät! Hi! Hi! Hi, ich bin tot! Hi! Wie heißt ihr? Was tue ich eigentlich? Nein! Keine Ahnung! Hab keine Ahnung! Servus! Servus! Manchmal! Manchmal! Oh mein Gott, bin ich dumm! Also manchmal gehör ich für meine Dummheit aber echt bestraft! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Manchmal! Manchmal! Ich bin ja nicht alleine! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich bin ja nicht allein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wo ich in Angst habe bin? Oh mein Gott, ey. Ich kann die Zeit ja nicht um sein. Ich habe halt noch nicht mal die Ahnung, was diese Kreise unter mir sind. Oh, Leckmann. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich jemanden anvisiert habe, ist derjenige schon weg. Genau, ich lege mich einfach hin und schlafe. Ich tue so, als wäre ich gar nicht da. Ja? Ist das in Ordnung? Gut. Schön, dass wir uns darauf geeinigt haben. Ich bin wirklich so schwer. Ich bin wirklich so schwer. Ich bin wirklich so schwer. Mann, Mann. Loll. Also manchmal. Ich wollte die Taste daneben drücken. Oh Gott, ey. Mein Audi! Ich hasse PvP. Ich komme einfach nicht klar. Sterbe einsam und alleine. Hi. Hi. Ich habe irgendwo immer den Falschen angegiert gefühlt. Und tschüss. Wird schön mit euch. Wird schönes, kurzes Leben. Ich meine, ich bin immer beruhigt, dass wir nicht die Einzelnen sind, die stirbt. Mhm. Mhm. Okay. 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 Ich bekleide aber alle zusammenstern. Okay. 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 Ich habe mich über die Z-Berecke, weil ich meine Z-Berecke hatte. Ok. Okay. Ich habe mich über den Z-Berecke, weil ich Video-Tune habe. Ich habe mich über die Z-Berecke, weil ich mich über die Z-Berecke habe. also manchmal kann es sein dass das manchmal ein bisschen hängt oder das wieder weg sind internet kommt mit so vielen menschen nicht klar internet will mir was damit sagen ich würde es da nirgendwo tun wo muss ich hin wo sind denn immer noch nicht fertig ich weiß ich weiß wie jetzt auch die ewig kaltes aktiviert vor dem jemanden selbst irgendwo hin super ja mal wieder aua Ich sterbe. Ich habe ihn dann nicht. Ja. Das ist. Es ist bald vorbei. Ist es. Gott sei Dank. Hi. Ich hatte bisher ein einziges Mal eine gute Runde. Einmal. Ich bin da so lange her. Das ist schwierig. Ich habe keinen Bock mehr zu sterben. Ich folge euch. Ihr führt mich auch in den Tod. Ihr führt mich auch in den Tod. Warum habe ich das Gefühl, wir sterben einfach nur elendig. Ich verkehre dich. Ich verkehre dich. Ich verkehre dich. Okay. Aha. Wieder raus. Alter. Erstmal drei Jahre warten, bis man. Ich frage nicht mehr. Hm. Der Dragon hat seine Denkminute. Spring ich oder spring ich nicht? Und wieder? Mhm. War das erst für ewig? Oh Gott, ich hab's durch. Lass mich. Ich will da nicht mehr rein. Warte, warte. Lass mich raus. 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 Mal natürlich. Level 44. Das muss ja wenigstens was Gutes haben. Ich hasse es. Also jeder, der das mag, das steht auf dem Herzen. Das muss ja auch schmerzen. Gut, schön, nett, nie wieder. Aber nie wieder. Doch, mache ich garantiert nochmal, aber nie wieder. Beide Standardaufsage. Gredania. Jetzt ist es halt das Ding, ne? HVP, muss auch mal wieder vonlaufen fürs Mond. Und in meinem Stein mal auf Stufe 26 bringen. Das, was ich gerade gemacht habe? War das das? Ja, na, das... Doch, das war Front. Ich weiß es nicht. Ich kenne es nicht da besser aus als ich. War das gerade Front? Ja, ein Upfront. Wie steigt das eigentlich? Also... Wie steigt das hier? Muss das hier aufsteigen? Ja, ne? Und dann steigt man da durch. Oder? Ich habe keine Ahnung. Deswegen frage ich gerade. Ähm. Okay. Ich sage jetzt einfach mal, okay. Und dann halt die Level immer aktivieren. Also... Das hat doch noch was hiermit zu tun. Das sind die Dinger, ne? Blaue Aufziehschäfer und roter. Was ist das für ein Mount? Wo ist das Level ab? Okay, also wenn das hier voll ist, kriege ich ein... Krieg mal ein Level ab. Okay. 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 Ich komme der Sache näher. Ich komme der Sache näher. Oh, okay. Ja, gut. Krieg mal hin. Irgendwie. Eventuell. Ich habe hier ein bisschen Zeit, hoffe ich. Geht das... Äh, äh... Hybrid geht das nur... Bei der Daily, also... Geht das immer nur einmal oder geht das mehrmals hintereinander durch... Durch das Ding. Oder muss ich dann hier rauf switchen? Und dann... Frei oder irgendwas hiervon machen. Ne, das hier ist Front. Also rein theoretisch könnte ich auch das hier 30 Mal hintereinander machen. Rein theoretisch, ja. Nur der Bonus kommt da nicht mehr. Oder? Ich frage für einen Freund. Und... Okay. Okay. Okay, okay. Das geht nur einmal. Aber dann wäre das... Dann das hier, ne? Das war ja das, was ich eben gemacht habe, glaube ich. Hashing. Daddy ist einmal okay. Okay. Wie gesagt, ich... Ich frage einfach nur mal. Jetzt ändert sich die Ecke oder zu. Okay. Also... Also wäre das dann das hier? Hallo, Mazuna. Wie geht's dir? Und ja, für dich trinke ich doch immer. Du kennst es doch. Okay. Danke. Es tut mir leid. Ich werde... Ich werde wahrscheinlich auch wegen der Leuchtewaffen. Für Reem Reborn. Wegen der Prima. Ich würde ihn noch tausendmal fragen. Es tut mir echt furchtbar leid. Es ist so selber... Kalt. Kalt und müde. Aber mir geht's gut. Ich habe mich noch nicht bei Frischus angesteckt. Noch geht's mir gut. Grund der damit... Ja, ich mache hier schon. Freund wechsel, glaube ich, alle paar Stunden. Okay. Das wäre ja egal. Oh. Oh mein Gott, ich habe den besten Mann der Welt. Das stellt mir... Das stellt mir jetzt ernsthaft dir nah. Das ist alles vorher, aber du kannst. Hier. Wenn das passt. Runter. Wenn es reingeht. Oh. Das ist halt so wild. Ich trage meine Heizung reingestellt. Nee, die andere wollte ich auch noch nicht anmachen. Dankeschön. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Hm. Das war so... Soll ich ins Bett machen? Ja. Ja. Ich mache dir ja gleich wieder. Er wollte mir ja nur einen Gefallen tun. Weil wir wollen halt die Heizung noch nicht anstellen, ne? Also, die Gasheizung. Weil... Gasrechnung, äh... Ja. Ne? Also, erklärt alles. Da haben wir jetzt noch nicht so die Lust drauf. Und deswegen steht jetzt hier eine Stromheizung. Strom ist nicht ganz so doll. Weil ich weigere mich, die Heizung hier unten im Keller schon anzumachen. Weil oben brauche ich ja noch keine. Da schlafe ich sogar noch mit offenem Fenster. Aber hier unten ist es ein Arsch kalt. Oh. Nee, furchtbar. Ich gehe aber gleich einmal ganz kurz hoch. Bevor das... Bevor das Fässchen weg ist. Man musste mir nur einmal was erledigen. Aber... Fässchen geht es schon wieder besser. Also, Frühschluss ist es schon wieder... Fast überm Berg. Fast. Du bist im Keller, geht eh viel Wärmelf verloren. Ja, eben. Ähm... Das Witzige ist, meine Heizung hier unten... Also, wenn ich sie anstelle... Sie bleibt nicht auf der gleichen Temperatur. Sie wechselt ihre Temperatur. Das heißt, mal ist es ja total warm. Und dann ist es auch kalt. Trotz, dass sie an ist. Also, ja. Da ist dann die Stromheizung besser. Ja, du hast mir jetzt nichts mehr hier runtergestellt. Aber ich muss eh einmal gleich kurz Pipi machen. Weil ich habe Angst, dass man so nah wieder eskaliert. Ich war auch vorm Stream nicht mehr. Ich hatte mich mit Frosches festgequatscht. Oh, ich richte die Heizung schon. Geil. Und ich kann mir nochmal mein 1-E-Stackchen holen. Ich versorge schon, dass er... Dass er das nicht macht... Oh... Oh... Hörst du hier skaliert doch nie... Nein! Du doch nicht mal so nah. Denkst du hin? Eskalation war gestern. Meinst du mit deinen ganzen Clips... ...die dann da kamen vom Stream? Wenn ja... Ja, das war Eskalation. Ich dachte nur irgendwann... Okay. Was ist da los? Hilfe! Ich habe irgendwann auch nicht mehr alle gesehen. Ich glaube, die ersten habe ich mir noch angeguckt. Die waren alle berechtigt. Oh je. Oh je, oh je, oh je. Oh, ich bin gleich wieder da. Ich ziehe mir gerade mal einmal kurz Schuhe an. Ich bin gleich wieder da.